Hi und herzlich willkommen zur Geercheck-Ausgabe des Schlagabtausch-Podcasts. Heute nehmen wir das brandneue Pearl Masters Maple Trumpet unter die Lupe. Los geht's! Heute werfen wir einen genauen Blick auf das Pearl Masters Maple Drum Set, das neueste Mitglied der beliebten Masters Serie des japanischen Trommelbauers Pearl. Diese Serie liegt von einer Einordnung her zwischen dem Pearl Masters Pure und dem darüber liegenden Pearl Masters Maple Gum. Es handelt sich also hierbei um ein absolutes High-End-Trump-Kit. Die Masters Maple Sets vereinen hierbei mittlerweile drei Jahrzehnte Pearl-Traditionen mit innovativen Technologien und modernen Features. Von der optimierten sechslagigen Ahorn-Konstruktion, die für warme, fokussierte Töne steht, bis hin zur neuartigen R2R Tom Suspension, die maximale Resonanz und Klangreinheit verspricht. Dieses Drum Set kommt mit einigen Neuerungen um die Ecke. Ich habe hier für den Geercheck folgende Komponenten stehen. Eine 22 x 16 Zoll Bass Drum ohne Drum Rosette, ein 10 x 7 Zoll Tom Tom, ein 12 x 8 Zoll Tom Tom und ein 14 x 14 Zoll Floor Tom und eine passende 14 x 5 Zoll Snare Drum. Das Finish dieses Kits nennt sich Cobalt Blue Fade Metallic und gehört zu den Custom Tear Finishers. Pearl hat sich für die Konstruktion ihrer Kessel des neuen Masters Maple für eine sechslagige Kesselbauweise aus nordamerikanischem Ahorn entschieden. Diese Bauweise bietet traditionell gesehen eine ausgewogene Klangcharakteristik mit satten Tiefen, kraftvollen Mitten und einem brillanten Hochtombereich. Dank der 45 Grad Bearing Edges, also der scharfen Kesselkanten, wird der Kontakt zwischen Fell und Kessel minimiert, was zu einem präzisen und fokussierten Klang beiträgt. Die Snare Drum verfügt über einen 22 spiraligen Teppich aus rostbreiem Stahl. Ein weiteres Novum ist das R2R Tom Suspension System. Diese neu entwickelte Tom Halterung sorgt für eine vollständige schwebende Aufhängung der Toms. Dadurch soll der Klang der Toms unverfälscht und vollkommen resonant bleiben, egal in welchem Winkel sie montiert werden. Pearl hat sich bei der Hardware-Ausstattung noch einige Gedanken mehr gemacht. Die Masters Cast Spannreifen verleihen den Toms zusätzliches Gewicht und steigern damit die Klangfülle und steigern zusätzlich das Volumen. Die CL Bridge Lacks reduzieren den Kontakt mit dem Kessel und sorgen so für eine bessere Schwingungsfreiheit und präzisere Stimmung. Die neu gestalteten Bassdrum-Füße und die Stammtombine erhöhen jeweils die Stabilität und die Resonanz der Trommeln. Pearl bietet für das Masters Maple zudem eine große Auswahl an Finishes an, vom transparenten Hochglanz bis zu exklusiven Custom-Finishes. Jetzt wollen wir aber endlich hören, wie sich das Pearl Masters Maple anhört und in der Praxis schlägt. Aufgezogen sind neue aufgeraute Remo-Ambassador-Fälle. Die Trommeln haben keinerlei Dämpfung. Ich werde drei unterschiedliche Stimmungen anbieten, von hoch zu mittel zu tief, mit jeweils einem mittleren Ausblickverhalten. Das Resonanzfell ist bei allen Stimmungen höher gestimmt als das Schlagfell. Dabei werde ich die Toms und die Snare-Toms jeweils einzeln anschlagen, als auch im Kontext. Ihr hört alle folgenden Soundbeispiele. Einmal nur mit einem Biodynamic-Overhead-Mikrofon, welches sich etwa einen Meter über meiner Snare-Rum befindet. Wenn ich das ganze Set spiele, kommt noch zur Stütze ein Bassdrum-Mikrofon, ein Snare-Rum-Mikrofon und an den Toms die Closed-Mics hinzu und eben ein zweites Overhead. Der Mikrofonaufbau ohne die Closed-Mics entspricht in etwa der sogenannten Clint-Johnson-Methode. Es gibt aber keine Nachbearbeitung. Ihr hört die Drums so, wie sie hier in meinem kleinen 4x4x3-Meter-Raum klingen. Kein Equalizing oder andere Effekte. Ich spiele das Set mit Rohema-Sticks aus Weißbuche mit einem runden Tipp. So viel zu den Testbedingungen. Hören wir uns nun zunächst die hohe Stimmung des Pearlmasers Maple an. Zuhauseiba-Sticks aus Weißbuche mit Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.